nochmal ein Video zu dem Sponsortrick für wie Fantastic Fingers und zwar Henrik ja und zwar habe ich was vergessen euch die Sticker zu zeigen wie ich ihm schicke wir haben noch keine offiziellen Sticker und zwar schicke ich dir ein paar gegen normale Sticker die ich so gerade habe also ich schicke dir einmal zwei zwei von den Stickern das sind Anti-Fast-Sticker gegen Nazis so wie so eine Flagge das ist halt gegen Krieg ja dann nochmal zwei von so einem Break the Silence das ist glaube ich Aurea Yellow das ist äh ein Sticker von der Band gegen Krieg ja schicke ich dir noch einen Das Bastard You Sticker auch gegen Nazis und Tifa ja ähm was kann ich dir noch schauen achja die beiden hier zwei äh Dirt Shots Sticker zwar Dirt Shots ist denn so eine so eine im Motorrad Club Verein der ja äh bei uns in der Nähe und die machen echt coole Fotos und wie das ist ein ganz guter Verein ja ja mal googeln ja ich hoffe die Sticker gefallen dir also das sind 8 Sticker oder so also ne ja mal gucken ja das war's denn jetzt mal alles ähm wollen halt nochmal die Sticker zeigen ähm ja ich schicke dir dann noch so eine so eine kleine also ihr kennst bestimmt diese kleinen Gameboy Boxen ähm aber das ist so eine also da tue ich halt immer Tools und so alles rein so eine kleine Toolbox mit einem Blackberry Sticker drauf und ja ich hoffe das paar Gegner gehen mit dem Rams mit rein und ich hoffe das gefällt dir denn ja und dann kriegst du natürlich noch viel mehr die Monate ne ja dann haut rein Leute war nur ein kurzes Video hoffe es hat mir gefallen